Hallihallo, Hallöchen! Wir spielen wieder LS22 und sind auf der Ames Creek und sind am Mais häckseln. So, ich schau grad, ob der Satteltrack auch mitkommt. Jawohl, wir müssen, wir fahren, wir müssen gar nichts. Wir fahren zur BGA. Abladen. So, die anderen kommen schon wieder zurück. So, wir haben ja das letzte Mal angefangen. Wir fahren Meister häckseln, wie die einen oder anderen von euch gesehen haben. Heute wollen wir dort weitermachen. Meister häckseln ist, finde ich, immer eine spannende Sache. So, dann gucken wir mal, was im Silo passiert ist. So, genau das habe ich mir eigentlich gedacht. So, Dukas muss mal da kurz warten. So, da haben die anderen wieder ganze Arbeit geleistet. Reingefahren, wie sie wollen. Einfach abgekippt und abgehauen. So, wir machen das ähnlich, aber wir fahren, wenn wir schon können, ein Stück zurück. Oder auch nicht. So, dasselbe machen wir jetzt hier. Schauen, da haben wir jetzt den neuen Anhänger dran. Mal gucken, das ist der größte, den wir haben. Mal schauen, wie der sich macht. Mal schauen, wie der sich macht. So, alles klar. So, alles klar. So, alles klar. So, alles klar. So, heute wollen wir den Dröcher selber fahren. So, die Traktoren schicken wir automatisch zur BGA. So, gucken wir, ob das funktioniert. So, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da stehen sie alle schön in Reihe und Glied So, ich will den aber hier vorne hinfahren, damit ich den auch zur BGA schicken kann So, da hin Komm, ich will jetzt den gerade nehmen Den Fitten So, ich will den Fountain Oh, da geht ordentlich was rein. Oh, da geht ordentlich was rein. Ich habe gesagt, sie haben denselben Kabinenhersteller. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus, die Kabine. So, und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. Und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. Und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. Und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. So, der andere ist schon da. Dann schicken wir den auch da hin. Der ist auch ganz geil hier, der weiße McComick. Und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. Und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. Und so sieht es aus, wenn wir hier drin sitzen. Dann ist es aus, wenn wir hier drin sitzen. Hörbar vom John Deere Häcksler. Meine Güte, der röhrt wie die Sau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir werden mal hier gleich abkippen. So, wir werden mal hier abkippen. So, wir werden mal hier abkippen. So, wir machen den Augleich leer hier. Boah, was für ein Monster. Ja, das ist ja. Das war's. So, einkommen und gehen. Was denn loskommt die Abkürzung oder was? So, einkommen und gehen. 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 So, auch der fährt wieder. So, einkommen und ich sage,